so und damit herzlich willkommen zur nächsten runde league of legends und zwar sind wir jetzt hier mit varus am start ich mach mal eben hier glaube ich die kamera aus so dann seht ihr dass wir hier ich mit varus noxus poppy katharina in der mitte ham de clur an unserer seite auf der botten als support blitzcrank jace yoxon auf der toplane und jing jong tak also jintak im jungle mit maasai also gar nicht nur bleik oder so gut das war es eigentlich schon was die leute angeht die jetzt mitspielen wir spielen hier anscheinend gegen lee jungle fiss in der mitte wir auf der botlane gegen leona und lucien ich bin mal gespannt ich habe echt war schon lange nicht mehr gespielt aber naja ihr habt dafür gevotet ich würde sagen ihr bleibt einfach bis zum ende weil am ende könnt ihr wieder voten welchen champion ich als nächstes spielen soll und auch auf welcher position schreibt es in die kommentare welche ihr gerne sehen würde beziehungsweise welche position welchen champion schreibt es einfach in die kommentare und gut ist wenn euch das ganze gefällt natürlich daumen nach oben und ich werde mich jetzt auf dieses game konzentrieren und erstmal wieder rc in muten also raid call und dann hört ihr erstmal die ganzen appen die reden auch schon wieder irgendwelchen bullshit ich glaub ich hab angst das einzuschalten ey wartet kann ich machen nö kein bock mehr zu spielen kein bock mehr ne ja weil er nur noch am verlieren ist weil das sagt genau also ich bin ja wir haben den diamond 5 valusion der ersten bock hoch 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 und schöner bohrung schicken ja dann richtiger trocken jetzt anbeliebe will also ich ich als war es gegen die ohne man nicht mit welchem schreibt jetzt spiele ich eigentlich wer bin ich wer bin ich wer bin ich was ich werde ich bin allein 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 ich habe gelernt wie man hier spielt ja ich kann nichts tolles spammen der backport ist cool mit dem hochziehen am seil aber ansonsten ist nichts cool bei dem eigentlich remotes ich bin nicht sion und dann haben wir ein bisschen halt hier im chat gespandt ich habe meine füße ich habe so enten füße aber guck mal so enten quatschen dinge ja ich sehe blitzkrieg nicht zum ersten mal und die füße bewegen sich so langsam für sein buch wenn man sieht man auf dem boden steht mit dem fuß dann reibt er trotzdem nach vorne schlitter 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 es hört sich an als würde ich graben schlitter oh ja ey die invaden ja die invaden mann wir haben doch blitzcrank da ist er da ist er da ist er da ist er mit dem boomerang warte 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 oh oh ah lol ja 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 no Jörgso, Nero, Lappen! Jörgso! Hau drauf! Hau drauf! Los, Mann! Hol doch ran hier! Wir sind zu dritt! Alter, du Lappen, ey! Das bringt nichts! Lieber einen Grab machen, der sicher ist. Also wir haben jetzt den... Ach so, Gnar ist top, Jokson! Der hat Flash raus, ne? Der hat da unten hier Flash rausgehauen, eben gerade. Hätte ich... Muss das jetzt auch sagen, ne? Zwei von zwei, Affe. Zwei von zwei. Was ist? Zwei von zwei, glaubst du, ist ja getroffen. Auf ne Minion, nice! Ja, können auch deutschen. Darf ein Gehmer, der sich nicht bewegt hat. Ja, ein bisschen hat er sich. Wir wollen Gerechtigkeit walten lassen. Ne, Level zwei, grab ich mal. Vorher lohnt sich das nicht so. Walter Weiß? Was hast du gegen Walter Weiß? In diesem Latte, dachte du? Habe keine Angst. Scheu dir dich nicht. Ich weiß nicht, ob ich den hier schaffe. Na gut. Wir sind gerade schon der Brocken, ne? Dieser Geist. Wird schwierig, Alter. Wird schwierig. Oh oh. Ja. Go, Affe. Ja, gut. Leck. Was für ne Jungle der Schulte nimmst du? Zwei von drei. Leona suckt halt Balls. Habe ich mir abgeschaut. Gegen Blitz und gegen mich. Also... Weiß nicht. Ich kann eigentlich auf dich scheißen und auf mich immer reinengagen. Ich glaube, du hast doch nicht Lasse versaut, ey. Was für ne Vieherruhe nimmst du denn? Könnt ihr mal aufhören, alle an... Warum stirben hier alle an Tower und an Viechern, ey? Na gut, ich soll ja vielleicht mal ein Trinket holen. Wenn sich nur mein Weg ist, gilt dann, als ich überlebt. Was ist denn mit euch? Drei Tode in Game? Davon ist nur einer nicht... Ey, das ist geplant, Mann. Drei Tode in Game? Guck doch mal, wie ich jetzt abgeh. Ja, wir haben schon drei Leute gestorben. Es gibt erst einen offiziellen Kill. Ach, beschuldige dich mal offiziell. Wo sind die denn gestorben? Ja, der... Leck hat einen Leck. Leck hat einen Leck. Was? Jindex ist am Tower gestorben? Nein. Dein Geist. Der Fist ist am Tower. Mein Screen ist gefreezt. Achso. Für eine Minute oder so. Und dann war ich plötzlich tot. Habt Angst vor mir. Scheut euch. Nö. Deswegen kann man Luschen nicht geraben, Alter. Achso, ja. Wie war das jetzt hier? Drei von vier? Ja. Von fünf? Wow, okay. Dann glaube ich jetzt nicht mehr Luschen. Dann kann ich auch nichts falsch machen, Alter. Ja, dann gleich. Weck, ey. Weck mal auf Leona, ey. Das ist für ihn kostenlos zu dodgen. Das ist einfach kostenlos. Ja, kostenlos. Ja. Krosser nicht. Krosser nicht. Krosserlose Garantie. Okay. Könnt auch mal versuchen zu prediken, wo er hin, ey. Wenn das funktioniert, dann nenn mich Gott. Wenn ich dich lacke, Alter. Lacke? Das ist einfach mal Predictions. Wenn ich da zu nah rangehe, dann klebt die Leona gleich wie so ein Gummi an mir dran, ey. Ja, dann grab ich sie. Oh ja, toll. Ja, mal eh. Lol, oh ich fasse eh raus. Naja, den hättest du jetzt mal graben können. Mach lieber die Grips insicher so. Ich mein eh. Ich mein eh. Bin ich definitiv nicht Blizzkin. Ich weiß nicht mal, ob ich graben kann. Mach lieber die Grips die sich so gut ran kann. Hey stör, kommst du? Ja sicher. Dodge mal. Unpredictable, oh. Hab ich den verscheucht, ne? Mein Laserschwert angemacht. Was ich an Varus nicht mag, ist halt wirklich, dass er so keine Escapes und so immobil und so. Dammt. Na! Ich hab zwei Yskins und hab keinen reingemacht. Mann! Ich spiel ihn doch so oft. Ich kann echt nichts mehr machen. Wenn du da jetzt so aggressiv reingehst, ich... Ah, lass mal den gönnen hier. Daxus. Jingle Bells. Was ist der, ein Jungler? Lee? Ich könnte easy getowered life werden, ey. Geht aber kein Play. Nicht mehr. Nee, der war low. Hab ich! Oh Mann, den hast du nicht mal! Das wollte ich aber crepen. Guck mal, ich kann sogar als Nahkampftyp hier belasten. Warum hast du eigentlich das andere Support-Item reingehauen? Wollen wir mal Deeper spielen? Wir können nicht durchstehen, dann werde ich sofort sterben. Ja, ich kann hier... Ja, ich kann hier... Luschen kann ich nicht. Wollen ist der dumm? Der hat jetzt geflasht. Wollen, please! Wollen, stirbt jetzt nicht. Ah ja, ne? Da können wir noch... Da können wir noch... Du... Komm hier, mein Freund! Oh, komm, komm! Die Minions! Die Minions! Puh! Boah! Good Job! Good Job! Ich hau ab, Mann! Der Lee ist schon lange nicht mehr gesehen worden, Mann! Vielleicht lastest immer weiter, ne? Na, 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 na! Ich bin echt mega low! Scheiße! Was ist hier auf der Board? Ah, jetzt muss ich waschen! Ich bin auch geil auf die lastest, aber ich bin aber einfach 2 AP, ey! Ey, das war eine richtig geile Aktion! Haben wir gut gemacht! Ich bin halt... Claire verliert die Lane alleine. Oh Mann! Master Crank! Master Crank! Master Yi, wie machen sie sich? Im Journal? Ja, ganz gut, ne? Bist du ja nur einmal gestorben! Bist du ja nur einmal gestorben, ey! Richtig gut! Time to... Say goodbye! Dies! Hätte die Leona aber nicht so krass verschissen, wäre das alles nicht so gut gelaufen. Ich weiß nicht, das war richtig... Leona hat... ein... Nein, aber ich hab mir ja von den Tower geglaubt hier immer. Aber die ist reingeflasht in uns! Aber die ist reingeflasht in uns! Die ist reingeflasht in uns! Die waren einfach die Grabs, Mann! Die Grabs! Ich hab mir ne flammende Faust des Todes ausgemacht! Alles in peace, my friend! Wenn die Leona nicht da wär, im Monomon könnte ich ihn nehmen, ey! Ja... Dicker, du bist tot! Ich komm, ich gu- Oh, 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 oh! Dicker! Komm her! Komm her! Du hast nur noch nicht eingesehen, das Stück davon! Hmmm... Ich bin so gut! Dann noch Flasher... Ah, ich sag doch vielleicht mal einen Schwenker zu holen, ne? Ich sage bei... Er ist Level 5! Level 6! Die wissen nicht, dass ich hier bin! Die wissen nicht mal, wer ich bin! Hook that shit! Hop that shit! Ich bin auch Level 6! Noch haben wir den Ulti-Vorteil! Go, go! Einfach! Komm! Die sind noch nicht Level 6! Los! Alter mal die Fresse! Lass mich jetzt bei dir umgeben worden! Leg los! Los, los, los! Das ist hier so toxic! Bin ich gerade hochgeschlagen? Hochgeschlafen? Ja! Immer das gleiche mit mir! Na, komm mal zurück, Junge! Okay... Ich wusste nicht, dass der da nen Scheiß-Wort drin hat! Fuck it, ey! Clear! Clear! Komm, du bist fit! Ey, willst du mich verarschen? Die haben da keine Wart drin und da ne Wart-Lol! Der steht halt an den Minions! Oh mein Gott! Oh! Junge, 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 ey! Ey, die haben... Wie unlogisch ist es denn, die haben vorne keine Wart drin und in unserer hinteren Gebüsch haben die ne Wart drin, Alter! Willst du nicht machen? Also wenn Clear positiv steht, dann weiß man, dass die Gegner scheiße sind! Ich bin einfach... Das ist echt fies von dir! Oh man! Der Knall ist echt Toxic! Oh! Oh! Was? Ich hab' nicht telepiert! Bis ein Cow hat! Telepiert! Also Lasted Cow hat! Ein Hör von der Tau! Er wird dich doch recht geschissen anscheinend, ey! Time to... So, ich bin... äh... gut liegt in und für den uns bei mir universum wieder durch mal in diesem potato hatte ich getötet hinterher ja toll drei jahre schweren die passiv abgelaufen ist jetzt mal ich möchte das ist nicht in der mitte aber wir sind wirklich noch nicht gehen ja die sind jetzt schon angeholtet er ist noch nicht er wird auch noch mitte so langsam steigt es aber auch dann soll ich jetzt nun mal die zusammen in den tippen die berlin ist es nicht da ich bin ja 2 level über den genaue jungler oh mann bin ich gut weil der denkt ihr könnt mich jetzt auch bleiben wenn er seinen weh macht die engelchen mich halt sofort hat geflasht der hat sich einfach geblitzt bitte macht den rest so schlecht man muss es kommt nicht mehr lassen der war auf den staf zu bekommen Das ist der Gegendste Schaden, den ich habe. Gintag, weil der hat jetzt einen Blue Buff und kann die ganze Zeit grabben. Sein Leidsel. Ist ja einfach 402, Alter. Was ist der Lust? Huah. Aber man muss auch mal den Ao bedürfigen, was abgeht ist. Ich bin einfach ein Rocker. Versteht ihr? Du hast einen Rock an? Ja. Mann, die haben mich sofort hart engagiert, als du weg warst, Mann. Mit allem Scheiss. Fick Leona. Ja, Cleo verliert wieder das Game. Los, rauf! Ja, wir haben böse Schandtaten entdeckt. Ich bin schon wieder hier. So, diesen Stecken-Tag, den hab ich mir mal gehört. Wolltest du ihn haben, oder? Ja, Top-Man jetzt weg. Was hat mein Grip? Ich will zu den zwölf Sekunden. Er ist schon wieder hier. Mach sie nicht. Boah, der Gegner ist jetzt witzig schon wieder in den Jungen. Mann! Ja, der ist ja nicht weggegangen. Ja, der ist ja leise. 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 Warum sollte er in den Jungen sein? Ja, wieso sollte der Physik hier schon in den Jungen sein? Dieser God-Grab wieder von mir, ne? Guck mal hier, jeder grabt, der macht hier die Grabs. Aber Lee hat nicht viel AP. Ist hier nicht klar, dass wir den Drake machen? Überlegung. Was? Wieso stehst du positiv? Jetzt hat Leona den put.. P-p-p-p-p-p-p-p-, positiv. Ja, HIV-positiv. Warum bist du positiv? Ha-ha- Archive positiv? Oh oh, ich glaube der weiß, dass ich hier bin. Nö, Rückenzug. Ich bin so schnell... Ja so schnell, und ich hab Shurelia. Wenn ich den Dragons sneakern kann... Wenn jetzt der Fizz mich tötet, geh ich auf K. Komm auch. Lucian sollte jetzt aber bald wieder da sein. Da ist er. Den wollte ich hier lassen. Genau. Jetzt komm mal wieder auf die Lane, du Arsch. Ich hab Ulti-Ready. Jetzt sind nämlich beide wieder hier. Okay. Du kannst doch nicht auch zum Gank über die Lane kommen, Arsch. Ich? Das wäre eine Überlegung wert. So. Guck mal, ich hatte die unglaubliche Möglichkeit, WWE. Oh mein Gott. Ja. Dich zu töten. Alter, die Solution. Was habe ich getan, WWE? Ich möchte, dass du das für immer und ewig in die Seite behältst. Oh, ich war im Shop. Ich hätte fast diese Solution legen können, ey, aber nein, verdammt. Er wollte nicht, er wollte nicht. Nein. Mein Outdoor-Tech ist noch hinterher geflogen und er hat einfach mit 2 HP überlegen. Warum glaube ich, dass ich irgendwie mehr Gold als du habe, Affe? Weil du Arsch irgendwo auf anderen Lanes drumderbst. Ja, richtig. Aber das bringt ja was. Ich bin auch nach von 11 Kills beteiligt hier. Ja, auch. Ich bin auch fast, weil, guck mal, 1-2-1. Ja, gut, ausbaufähig. Aber... Ja, mach auf doch, Mann. Das sagt schon, dass ich so wenig Lasted habe, weil ich immer alleine bin auf der Fucklane. Ein Lasted habe ich genommen. Wow. Über die Zeit sind das schon mehr. Über die Zeit sind das mindestens 2. Hör doch, hör bitte auf. Zack. Jontag ist wieder so Toxic. Auf, ist es Top. Jo, Reap in Peace, ne? Warum gehst du jetzt nicht aggressiver rein? Mach das in 20 Sekunden. Weil ich keinen Grab hab. Mach das in 20 Sekunden. Gut, dass mir das gesagt wird, wenn ein Termin steht. Äh, ja, okay. Das finde ich auch ganz gut. Wenigstens wurde das gesagt. Ach, dann würde ich wahrscheinlich mal klatscht werden. Meine Hand ist eingeschlafen. No. Danke für die Info. Lucien läuft da irgendwo im Jungle rum, Katharina. Mann, du bist sowas von tot. Tu ein Mord rüber und jump rüber. Oh, Mann. Noob. Muss auch einiges lernen, Minion. Ich könnte runter 10p. Ich kenne den auch. Aber die sind ja eh dann alle drauf. Fick dich, Leona, Mann. Oh, Mann. Joxon hier, die dicken Plays, die dicken Plays. Wie immer. Oh, Mann. Ich werd dauerhaft CC von dieser blöden Leona. Lass ihn töten, lass ihn töten, lass ihn töten, lass ihn töten. Der Varus kickt aufs Maul. Lol. Was war das denn für ne Aktion von Lee? Oh, wenn die Leona nicht wäre, wenn sie nicht wäre. Da kommt der Typ hier. Da kommt der Typ hier. Jetzt kommt der Master Yi hier. Oh, der wollte Blitzcrank noch KS'n hier mit seinem scheiß Autotech, ey. Ne, ich wollte einen Assist. Achso. Soll ich mit meinen 40 Damage da irgendwie in den Lasted kriege, halt? Also blub. Das ist gar nicht so abwegig. Alter, mach mal. Ich bin hier sowas von am Rulen, Mann. Dat ist ein Blitzcrank-Affe. So wie man sich den vorstellt. Ne, die Jüde. Oh, dieser verdammte... Oh, ich hab' ich mir aufgedacht. Oh, Pananos! Hallo. Wow, wie knapp mein Dings daneben geflogen ist. Ruck auf mich. Wow. Schade. Speed on, meine Freunde! Hanse-Affe, dass ich kenne's nicht. Oh, Claire kommt, lass weg. Nein! Nein! Mein scheiß Q nimmt den Kill, ey. Verdammt. Oh man, ich bin zum Aller immer noch keinen Trink hat. Na ja, ne? Bald fang' ich an Schaden zu machen, ey. Dann hab' ich trotzdem noch das Problem der Leona. Oh, Ginger, kannst du bitte damit aufhören? Nein! Tot. Ruhe in Frieden. Das war's. Man muss auch irgendwann mal abdranken. Irgendwann ist Schluss. Meine Arbeit ist nicht erledigt. Dann steckt der Scrank wieder an. Wir sind so zu viel allowed. Scheiße. Kaum, sofort ist wieder diese blöde Leona da, ey. Immer diese blöde Leona, ey. Ja, die ist die ganze Zeit am Lucians Arsch. Blöd. Die kraul die ganze Zeit seine Eier ein. Mein Blitzcrank, der lahm, der, der dirbt irgendwo anders rum, alter. Und der hat die ganze Zeit die Leona dabei. Ja, du sagst, das Crank hat aber im Gegensatz zu dieser Leona-Skill. Und sorgt für Kills. Vielleicht nicht für dich, aber für andere. Für sich selber. Oh, jetzt wird das alles. Mach! Ich hab den Coup in dem Moment gemacht. Du hast mich getötet. Jo, Jaxan. Jo, Jaxan. Boah, nein, Mann. Der kann mich nur erledigen gegen dieser scheiß Leona. Die ganze Zeit, Mann. Ja, ist ja gut. Ey, darf das eigentlich wahr sein, Mann? Die ganze Zeit. Ich dreh am Rad, Alter. Ich dreh am verfickten Rad. Was ist da los, Mann? Im One-on-One würde ich ihn so umklatschen, aber immer diese verdammte Leona, ey. Ja. Passt. Hättest du auch nicht verdient, diesen verdammten Kill zu kriegen, ey. Ja, ne? Jetzt pusht du die scheiß Spotlay, ne? Komische Leiche, Alter. Oh, Mann, ey. Oh, Mann. Please let me in Ruhe. Da, 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 da. Come on, come on, come on. Bum, 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 bum. Wamp 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 Moment mal ein bisschen unglücklich Richtig Oh shit Ich bin total, dass die jetzt im gegen SK verliert Mensch wie Bist wohl echt ein guter Spieler ne Ja, ich hab bisschen gebetet Alles? Ich hab kein Schluss bekommen Warum ist das schon wieder das ganze verfickte Team hier Wenn ich mich mal irgendwo anders hin auf den Weg mache, Alter Weißt du, die scheiß Botlane hängt nur an meinem verfickten Anus Und steckt da ihre Hand rein, weißt du Wenn ich auf der Bot bin, sind die auf der Bot Und wenn ich woanders im Jungle auf der Toplane Seite rumkack Dann kacken die auch dahin, Alter Willst du mich verarschen, ey? Oh, Mann Ich werd verfolgt von denen, ey Das darf nicht sein, ey Ja, Joxon, da kriegst du mal zu spüren, was ich die ganze Zeit abkriege Diese Leona... Oh, lol Der kriegt den noch, weißt du Das Glück ist auf seiner Seite Auf Joxon Ja, na gut, da kann ich dir auch nicht mehr helfen Da flitzt der wieder rüber, dieser Leeson, ey Jetzt seid ihr doch gestorben, ey Was war da los? Ich kann verstehen, dass du einen useless Support hast, Alter Ich hab den Leeson immer noch rüber grabben wollen Und meinen eigenen Totenpass damit gesichtert Und dann geht er einfach wieder zu dir LOL Also da flashen die einfach immer instant hier, ne? Und die Katharina dibs dir wieder Der scheiß Piss hat seinen E Alter, ey Ich hab fast gedacht, du stehst noch an diesem Tor, ey Das hab ich verdient, Jungs Nur wegen mir Leute, ich wollt den Gwenden Der bleibt da einfach stehen, Dele Einfach stehengeblieben Einfach so Ey, einfach so! Unglaublich! Ist einfach unglaublich! 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 Oh! 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 Ey, du musst dancen was, ey. Yeah! Der springt einfach weg! Oh, da ist er groß. Sieht immer wieder gut aus, wenn er sich so verwandelt, ey. Ey, da kommt ein Fizz. Ja, da ist er. Da ist er. Hm, hm. Ist der ein Blubauf ab, oder was? Hm, nö. Ich glaub nicht. Obwohl doch knapp sein. Aber ich glaub's nicht. So. Hm, 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 hm. Wenn sie hier ein Wort haben, geh ich auf K. Auf K. Tschüss. Bis zum nächsten Mal wiedersehen. Mach das weg, mach das weg, mach das weg! Was? Machen wir jetzt mal ein Teamfight? Okay, ich komm mal. Was? Boah, Sanskaren carried. Wirklich? Oh, die waren geragt. Oh, mein Blubauf ab. Sanskaren carried das Gegenteam. Richtig. Ne. Naja. Schon schwer, so'n Freddy zu hören. Naja. Schon schwer, so'n Freddy zu hören. Machen wir sicher sonst nichts, ne? Oh, er macht die Plays! Wow, 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 wow! Was ist da bestätig? Wow, wow, whoa, whoa! NICE GUYS! Nein, viel after. Wow, da werden mir alle Kills geklaut. Hey, da kommt der nächste Stealer an, ey! Ist das denn die Wahrheit? Dieser Blitzcrank kerst alles, der Yiker ist alles, ey, ich kacke hier hin. Ja, aber ich bin auch einfach viel mehr wert als du, ich brauch die Kills. Ach, das ist so, dass du einfach kacke bist, ey. Ich mach mich erstmal vom Acker hier. Zack! Alter, ich bin so ein unglaublicher Boss im Sprink gerade, ne? Liebster Killer, guck mal, die Kills nenne ich auch Killer. Ja, Mann! Wir haben's kapiert, wer hier der Boss ist! Wir haben's kapiert, wer hier die ganzen Kills K.S. und dann irgendwann doch Items besitzt. Der Affe. Guck mal her. Tada! Ich mag nicht, dass ich ihn auf mich springen. Man, ey, steht einfach immer nur rum, kann ein Auto-Take nach dem anderen machen, ey. So, guck, 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 guck! Let's the killer, the clerk. Hm. So, ich brauch noch ein bisschen mehr AP. Ein wenig mehr AP. Ja, das, das brauch er. Kann ich nicht einfach so diven, oder? Ja, sicher, ich bin ja ein Masai, ne? Hab gerne für dich getankt, ne? Na, genau. Ja? Ich komme, Affe! Haben wir gut gemacht als Ziel. Oh, nein! Oh, yes! Au! Oh, oh, oh! Wow! Warte, das steht da einfach blöde im Gebüsch! Oh, ich wollte dich damit töten! Ich wusste, dass ich nicht face-checken darf, ey. WTF! Gut, wenn er halt nicht will. Dann holen wir uns jetzt mal ein bisschen live. Auf den Stiel, ey. Der hat, glaub ich, auch BOTHK, oder? Boah, ist die nicht hier, Leona? Der? Der hat doch nicht. Mhm, mhm. Lol. Hm. Oh, Mann, Alter, der hat schon ein Heal bekommen. Ah, scheiß Fisse, ey. Was? Ja, rest in peace, hier gestoßen Watt. Get wrecked. Wir werden ja eigentlich töten, gell? Sehr clever, ey. Ja, könnten wir auch eigentlich. Ja, dann komm ich halt mal vorbei. Ach, nee, nee, also jetzt bin ich Afgar. Okay. Doch, nicht ganz so Afgar. Ey, GG. Ja, ja. Ey, komm, den töten wir auch noch. Oh, den töten wir auch noch. Oh, den töten wir auch noch. Oh, den töten wir auch noch. Komm, komm. Doch, den töten wir auch noch. Geh, kannst du Baron tanken? Jetzt go, go. Ja, sicher. Mois! Lois, okay, GG. Boah, was ist denn jetzt letztendlich gestorben? Was habt ihr gemacht? Mann, was ist da los? Lois. Wow. Wir werden jetzt Nicky Baron machen können. Der hat mich in meinem Kuh getötet. Wie kann ich die ganze Zeit... Komm hierher, Joyce! Aber... Weit ich nicht, ne? Teck ich nicht ein. Jetzt hol ich mir doch mal ein Trinket. Tak. Da, Trinket. Na, dann kannst du dich verpissen. Da, Trinket. Da, Trinket. Da, Trinket. Aesthetic Schiff. Dragon in... 23 Sekunden. Oh, bei mir regnet's. Jungs, wir machen Nesher. Äh, mir ist ja immer ein Wort zum Nesher. Ich komm dann teleportiert und mach das. Doch, hast du mich. Nein, dieser scheiß Reset. Da sind ziemlich viele Gegner. Ich will nicht mit denen irgendwas machen, ey. Ich bin einfach nur ein armer Varus. Ey, der ist halt jetzt ab, ne? Jace. Hi. Ich hab mich schon in den Least hin, ne? Weg. Leider verschissen. Leider zweimal verschissen. Geh weg. Kann ich dir haben? Nö. Boah, geht mir weg. Ich seh nix. Ich muss halt... Ich muss was sehen für den Rap. Das tot ist. Ah, ich seh was. Ich seh was. Dem kannst du alleine. Dem kannst du alleine spielen, ey. Ich auch. Ja klar, carry doch mal. Oh, du sollst natürlich eigentlich über die Wand gehen. Okay, okay. Okay, okay. Ich komme. Hallo, liebe Leona. Könntest du bitte stehen bleiben? Hallo. Hallo. 27 von 39 kills. Was war das denn jetzt? Der flasht da rein und kriegt noch ein Klatscheier. Oh, yeah. Toll, ey. GG. Solo-Bot, ey. Solo-Bot. Ja, siehst du mal. Spiele doch mal. Auftrag im Blitzker gerade das meiste Gold nimmt. Ne, mein Freund, ne. Nice Matching, Rito. Rito, ey, Rito. So, und das war jetzt wieder eine Runde ADC Varus. Also, tja, wie gesagt. Hat er mich einfach alleine gelassen auf der Bot und war am Roam. Klar, mit Blitzcrank ist das schon ziemlich geil, aber... Ich hab mich versucht, dann da mit Leona zu schlagen. Das war ein bisschen unklug, da immer 2 gegen 1 reinzugehen. Aber... Habt ihr gesehen? Er hat fast funktioniert immer, ey. Ah, ganz schön unglücklich. Naja, gut. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Und jetzt wartet eben noch ein paar Sekunden, dann könnt ihr für die Champions voten, die ihr im nächsten Video sehen möchtet, einfach einen Daumen hoch bei dem jeweiligen Champion in dem kleinen Winni-Mini-Video, ey, wie DF. Einfach voten und dann seht ihr das, was ihr möchtet. Ihr könnt hier bestimmen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Hau da rein und bis demnächst. Bist. 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 Bis zum nächsten Mal.